Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich verlasse hier gerade den Hof von Tyrion Vordring. Wir haben ja in der letzten Episode das Fleisch von diesen Würmern bei ihm abgeliefert, damit er über den Winter kommt. Und wir marschen jetzt zu den Trollen hier im Süden. Das ist jetzt der dritte Anlauf quasi. Ich wollte sie ja schon vor zwei Episoden in Angriff nehmen, habe es dann überhaupt nicht geschafft. Dann war der Plan in der letzten Episode dahin zu reisen. Aber irgendwie habe ich viel zu lange in diesem Turm hier rum gestanden, damit er endlich für die Horde markiert ist. Jetzt aber ist es endlich zu weit. Wir kümmern uns um die Trolle, um die Totentrolle da im Süden. Und unterwegs schaue ich mal noch, ob ich irgendwo irgendwelche Hunde finde, die ich noch abschießen muss. Ich brauche noch ein paar. Und zwar brauche ich, ich sehe es hier gerade nicht, ach hier, sechs kleine Seuchenhunde. Ja, wenn ich die sehe, schieße ich sie natürlich ab. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Ich werde schon noch genügend finden. So, hier bin ich glaube ich falsch. Ich muss weiter nach links, also hier nach Osten. Da ist ein Hund. Den nehme ich mit. Ich sehe da hinten noch einen Hund. Der ist dann der Nächste. So, 15 von 20 kleinen Hunden habe ich abgeschossen. Das ist immer wieder toll, dass sie dieses zarte Wolfsfleisch dabei haben. Davon brauche ich ohnehin noch einiges. Ich habe nämlich nur noch fünf davon gekocht und ja, fünf Hohe habe ich noch in der Tasche. Das heißt, ich komme dann insgesamt auf zehn Bufffood. Ist jetzt auch nicht so viel. Heißt, ich muss mich etwas ranhalten, dass ich hier noch mehr von diesen Hunden töte. Ähm, ich glaube ich bin gleich da. Es müsste hinter diesen Bergen da sein. Das Tiefgewölbe. Ach hier, genau. Hier sind komische Troll-Zombies. Stufe 54. Das geht eigentlich 55 da drüben. Ich weiß aber, ich hatte hier mitunter mächtig Probleme mit den Tierchen zuletzt. Zumindest diese eine Quest, bei der man diesen Zeldara, hieß der Zeldara? Irgendwie so in der Art, irgendwas mit Z war es. Ich sehe es auch gerade rechts in der Liste nicht. Ähm, ah ja, da. Zeldar, der Ausgestoßene, genau. Der war ein bisschen hakelig, weil der nicht alleine kommt. Das heißt, man muss dagegen mehrere gleichzeitig kämpfen. Ein ist Tyrion Vordrings Grab. Wie kann denn da Tyrion Vordrings Grab sein? Mit dem haben wir doch eben noch gesprochen. Tyrion Vordring, das ist der Typ, der uns losgeschickt hat, die Hunde zu töten, die Fledermäuse zu töten und das Wurmfleisch zu suchen. Warum hat denn der ein Grab? Erfahren wir garantiert noch. Ähm, ich weiß es auch tatsächlich nicht, obwohl ich die Quest hier schon so oft gemacht habe. Was schlichtweg daran lag, dass ich immer nur die Quests angenommen habe und direkt abgeschlossen, ohne dass ich den Quest-Text mir durchgelesen hätte. Wir schauen mal, was es mit dem Grab so auf sich hat. Also ich hoffe, dass wir das noch erfahren werden. Komm, Fallum. Muss ich überhaupt hier runter? Ja, ich muss hier runter. Hier unten ist irgendwo diese Rolle, die zerrissene. So, hier stehen richtig viele. Oh, und dahin ist sogar ein großer. Ach, das ist Zelda? Nee, dann habe ich das komplett verwechselt mit einer anderen Quest. Man kann hier irgendwo an der Oberfläche einen Troll herbei beschwören. Und der greift einen dann an und der ist nicht alleine. Und genau dieser Troll hat mir immer Probleme bereitet. Das hier hingegen sollte gar kein Problem werden, außer wenn die mich jetzt alle auf einmal angreifen würden. Schauen wir mal. Wir pingen uns erstmal den da raus. Ähm, gut. So viel dazu. Ey, nicht, 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 nicht. Der hat mich umgestoßen. Schuhe mal rein. Geht ja gar nicht. So, und dann haben wir jetzt nur noch diesen großen da. Den Zelda. Sieht sehr lustig aus, der Genosse. Ich bin auch gar nicht begeistert davon, dass ich ihn abschieße. Und fällt um. So, da habe ich seinen Kopf. Hier haben wir die zerrissene Rolle. Tötet mich, bevor es zu spät ist. Ich bin Hamea. Auf der Reise nach Zul-Mashah aßen meine Geschwister und ich verdorbenes Fleisch. Und wir veränderten uns. Wir sind infiziert. Ich spüre bereits die Worte des Lichts, der mich bedrängt, dass ich nach Zul-Mashah gehen und noch mehr von meinem Volk infizieren soll. Ich kann nicht widerstehen. Da verfasste ich diese Schriftrolle, ehe es um meine Willenskraft geschehen ist. Ich habe hinter dieser Gruft eine Truhe neben einem Wagen in der Erde vergraben. Aber nur mein Schlüssel kann sie öffnen. Ich habe den Schlüssel. Wenn ihr meinen Schatz möchtet, sucht mich. Tötet mich, bevor es zu spät ist. Ich glaube, das ist genau diese Quest, die ich vorhin meinte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es klang jetzt so ein bisschen danach. Die Frage ist natürlich, wo bekomme ich diesen Schlüssel her? Von dem eben gesprochen wurde. Schauen wir mal hier raus. Da ist ein Erdhaufen, genau. Für den Erdhaufen. Wir buddeln mal da. Ich bekomme die Quest leider auch nicht mehr ganz zusammen. Schauen wir mal hier rein. Die hier vergrabene Truhe ist fest verschlossen und braucht Hameas Schlüssel. Tja, wo kriege ich den Schlüssel her? Hm. Schauen wir mal hier. Ja, das sind alles nur diese Hunde. Wo bekomme ich denn den Schlüssel her? Da ist nichts. Irgendwas gibt es da drüben noch. Das Schild. Hier oben. Oh, wir müssen da hoch. Da warte ich erstmal da hin und bis zur nächsten Episode werde ich mal schauen, wie ich an diesen Schlüssel da rankomme. Wir holen noch schnell das Schild. Tja, in dieser Quest steht, tötet Spitzel Hamea, benutzt seinen Schlüssel bei dem Erdhaufen hinter dem Tiefgewölbe. Das heißt, Hamea wird den Schlüssel haben. Und sobald ich sie oder ihn getötet habe, komme ich an diesen Schatz. So, die Frage, wo Hamea ist, ich weiß es nicht. Wir schauen erstmal hier rein und holen uns dieses Schild. So, hier sind mächtig viele böse Geister. Ich glaube, ich fange mal hier an aufzuräumen. Okay. Okay. Ich befürchte, das wird eine Weile dauern, bis ich da an diesem Schild angelangt bin. Das sind halt ein paar Geister, die hier umherschwirren. Aber das Tolle ist, die haben wieder diese Geiselsteine dabei und die haben auch Runenstoff mitunter dabei. Ich glaube nicht hier zu zweit an, was soll denn das? Und Rufpunkte geben sie auch. Das ist ganz toll. Jetzt muss ich ja langsam ein bisschen aufpassen. Ich habe mir hier mächtig viel HP. Und was jetzt gerade wütend ist und mir über 100 Schaden pro Schlag rein donnert, macht das Ganze nicht einfacher. Kommt, fallum, 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 fallum. Jetzt. 400 HP hatte ich noch. Das ist jetzt nicht so viel. So, volles Mana, voller HP, weiter geht es. So, da hinten liegt es doch, oder? Ist es das? Ja, da wurde Pfadsschild, genau. Das will ich ja haben. Dann schießen wir diesen Gesellen noch ab und ich glaube, den Geister auch noch, den schwarzen da. Dann sollte ich da schon rankommen, hoffe ich. So, wunderbar. Hier ist das Schild. Genau. Damit ist... Gut, die Quest ist ohnehin abgeschlossen. Ich brauche ja nur den Schädel und das Schwert. Das ist der Kopf, genau. Wofür brauchte ich denn das Schild? Wahrscheinlich muss ich noch irgendwas anderes einsammeln. Was ist denn hier passiert? Ein Früsteln umgibt dich. Oh, es ist kalt, okay. Wir reiten mal zurück. Nächstes Ziel ist... Tja, eigentlich müsste ich hier mal zurück. Ja, genau. Ich reite mal zurück und haue unterwegs noch die letzten Hunde um. Vier Stück brauche ich ja noch. Vielleicht sehe ich die hier unterwegs. Und es ist lustig. Wir halten noch immer diesen Turm, den ich in der letzten Episode eingenommen hatte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Allianz springt direkt in das Gebiet und holt sich den Turm zurück. Die machen nicht so. Wir haben offensichtlich bitterböse Angst, dass ich immer noch dort stehe mit meinem Level 61. Hier sollten eigentlich Hunde sein. Stattdessen sehe ich hier nur Fledermäuse. Da ist einer. Ich werde angegriffen. So, jetzt aber dieser kleine Seuchenhund. Und hier danach muss ich noch drei weitere finden. Oh, ich sehe, da oben ist ein Mithril. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Gut, dann suchen wir mal weiter. Nach diesen kleinen Wurfis. Alles nur Fledermäuse. Ich befürchte ja so ein bisschen, dass sich die Hunde und die Fledermäuse die Spawnpunkte teilen. Was haben wir hier? Geister. Hier ist er. Oh, erstmal nehme ich das. Das Turium. Ach, Tatsache. Da sind Geister. Und ich brauche noch die Geister von Daruhalm, die ich befreien muss. Aber das waren doch nur Gule, oder? War das nicht so, dass das nur Gule sind? Ich schieße sie mal ab. Die Todessängerin. Oh, was passiert denn hier? Ähm. Ich habe mich gerade mächtig erschrocken vor diesem Herrn da, der mich verfolgt. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, da unten. Was sagt er? Ihr müsst ihn retten. Wen denn? Ähm. Tja, ihr seid die Falschen. Ich brauche Gule. Schieße sie dennoch mal ab. Oh, Daruhalm. Ich würde tausend Leben für dich geben. Okay. Ich glaube, du hast eins gegeben, nämlich deins. Ja. Die Champions haben kein... Kein... Oh, hier ist ein... ...ein kranker Schinder. Da bin ich jetzt guter Hoffnung, dass Jena... ...einen Geist hat. Oder einen Geist freisetzt, sobald ich ihn abschieße. Genau, da ist er. Vier von fünfzehn. Sehr gut. Huh. Was willst denn du von mir? Hab dir gar nichts getan. Augenloser Behüter. Der hat aber zwei Augen. Ich sehe es genau. Der ruft mir Hilfe herbei. Steht hier unten links. Aber hat nicht funktioniert. Sehr gut. Ich brauche erst mal wieder Mana. Weiter geht es. Das war eigentlich überhaupt nicht mein Plan, dass ich hier reingehe. Aber wenn ich hier die Geister befreien kann, dann mache ich das doch, wenn ich einmal hier bin. Genau, da sind wir bei fünf von fünfzehn. Ein dritter haben wir geschafft. Und der ist aber groß, der Narben-Golem. Ich bin außer Reichweite. So, da ist wieder so ein Google. Und der ist wieder so ein Google. Oh, oh. Oh, oh. Ne? Bingo. Das war so nicht geplant. Du könntest mir helfen, gegen die beiden. So, ein bisschen. So. Ich muss erst mal schnell hier mit jenem reden. Genau, sieben von fünfzehn. Nicht, dass er verschwindet. Gehen wir hier mal weiter. So, der Geist eben hat gesagt, Hauptmann, wie konntet ihr uns im Stich lassen? Was ist denn da passiert? Ähm, das ist gemein. Ah, hast du davon? Direkt umgefallen. Dann passen wir wieder Mana. Dann kämpfen wir uns mal weiter hier durch. Boah, hat der viel HP. Über 4000. Das ist ordentlich. War noch gut Schaden angerichtet. Ich glaube, ich muss erst mal was futtern. So, weiter geht es. 8 von 15. Es wird, es wird, es wird. 9 von 15. Das ist schon wieder dieser Geist. Und verfolgt mich. Was ist denn das? Eine große, böse und tote Spinner. Hm? Gefällt mir gar nicht. Beendet unser Leiden, sagt sie. Tja, sag mir wie. Dann mache ich das. Ah, schon wieder verflucht. Und jetzt falle um. So, und irgendwo hier sollen noch mehr... Ups. Der ist schon nervig. Dieser augenlose Behüter. Ruf um Hilfe. Und da hat tatsächlich jener da gehört. Ah, ja, 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 ja. Upsala. Das tat weh. Das tat mächtig weh. Ich bin tot. Warum hat denn der so viel Schaden gemacht? Schattenglitz für 500, Schattenglitz für 400, noch ein Schattenglitz für 400. Tja. Da fällt man halt um. Gut, dann. Einmal zurück. Das tat aber böse weh. Das ist natürlich nervig, dass ich jetzt hier einmal ringsrum laufen muss. Na gut, nützt nichts. So, da bin ich wieder hier. Und kann mich auch wieder beleben. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Da bin ich eine dafür, genau. Schnell. Futterfuttern und Bufffood rein. Den da hinten kann ich noch einsammeln. Der augenlose Behüter, genau. Der war der Grund dafür, dass ich eben umgefallen bin. Er ist plötzlich neben mir aufgetaucht und hat beim Sterben nach Hilfe gerufen. Wodurch dann plötzlich dieser Schattenmagier da in Erscheinung trat. Ich werde jetzt mal schön hier Magiedämpfer reinwerfen. Mit der Hoffnung, dass das ein bisschen was bringt. Und beim nächsten Mal, wenn so etwas passiert, werde ich auf jeden Fall diese Magier zum Schaf machen. So, da hinten sind auch nur Schattenmagier. Ich brauche doch aber... Guhle. Ich kann mir vorstellen, da drin ist auch keiner. Ich verschwinde mal hier wieder. Das ist mir nicht ganz geheuer. Zumal ich hier auch keine Guhle mehr sehe. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Du dämliches Tierchen. Jetzt kommt hier der Nächste. Na klar. Das läuft richtig gut. Und jetzt schießen wir den Nächsten Großen ab. Das war aber eben auch richtig gemein, dass er direkt auf mir drauf erscheint. Der Dicke ist der Nächste. Und da hinten ist ein Guhle. Sehr gut. Das ist schon wieder so ein augenloser Behüter. Meine Güte. Wo kommt denn der jedes Mal her? Man ruft schon wieder um Hilfe. Hat aber offensichtlich niemand gehört. Sehr gut. Ja, schnell weg hier. Das gefällt mir hier nicht. Den Guhle nehme ich noch mit. Und danach werde ich erstmal wieder trinken, dass wieder so ein augenloser Behüter mittendrin erscheint. Das ist schlecht, wenn man da keine Mana mehr hat. 10 von 15, sehr gut. Und eine verringerte Trefferchance um 10%. Na toll. So, die Todessenderin ist die Nächste. Ich hoffe, die kommt alleine und bringt nicht den dicken Grünen mit. Na, interessiert ihn nicht. Okay, sehr gut. Ich muss näher ran. So, dann jeder noch. Danach werde ich erstmal wieder trinken. Ähm, ja. So, ich glaube, ich schieße die beiden ab und dann kann ich hier rausreiten. Wenn ich das richtig sehe. Und dann hoffe ich, dass ich nie wieder hier hin muss. Das ist ja ein furchtbares Gebiet. Und das hier nervt auch, dass ich einfach da weglaufe. Also, ich glaube, ich habe den Gocke gestiegen. Und auf Nimmerwiedersehen. Ach, verdammt, hier vorne ist ja noch mehr. Ich glaube, aber hier kann ich einfach vorbeireiten. Ja. Und hier auch. Gutes sind ja hier eh nicht. Ist da vorne einer? Nein. Das war ein Gargoyle. Gut. Hätten wir das... Ja. Was heißt geschafft? Geschafft haben wir hier gar nichts. Ein paar dieser Geister haben wir befreit, aber wir sind halt noch nicht fertig. Mich wundert auch ein bisschen vorhin, als ich gestorben bin, warum ich nicht hier aufgetaucht bin, sondern da auf der anderen Seite des... ...des Hügels. Uh. Wer bist denn du? Du, kein Wildhammer. Die nehme ich mit. Ein seltener Mob. Ja. Weiterum. Und hatte gravierte, stülperndes Falken dabei. Schwere Rüstung bringt mir gar nichts. So, ich sehe da hinten noch einen Wurfi. Da brauche ich ja auch noch drei. Jetzt noch zwei. Vielleicht ist ja hier vorne noch... Ja, da ist einer. Und da hinten ist einer. Aha, das ist der Falsche. Das da hinten ist der Falsche. Schade. Gut, dann reine ich mal hier nach Süden. Und hoffe, dass ich hier irgendwo noch den letzten Hund finde. Da ist er. Da ist er. Perfekt. Die Hoffnung, dass mir der Droide nicht zuvorkommt. Nein, er rennt weg. Sehr gut. Das hätte mich jetzt richtig geärgert. Wenn er den Hund angegriffen hätte. Gut. Aber wir haben ja doch etwas geschafft. Nämlich die kleinen Seuchenhunde abgeschlossen. Dann folge ich mal der Straße hier. Gehe nochmal hier in... Zu Korinth Kreuzung. Denn da sind ja auch potenziell ein paar Gulen unterwegs. Dass ich diese halt noch abschieße. Und ich habe so meine Zweifel, dass ich fünf finden werde. Aber wenn das zwei oder drei sind, bin ich da auch schon ganz glücklich. Du bist keiner. Du bist auch keiner. Du erst recht nicht. Du bist zu dick. Du bist nichts. Da ist einer. Genau. Elf von 15. Gucken wir mal hier noch. Da hinten? Na, das ist nichts. Das ist aber alles knapp links und rechts. Die ich möchte ich haben. Upsa. Sie hat mich nicht gesehen. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Ich wurde nicht entdeckt. Ein schöner Crit. Ich mache einer hinterher. Da fiel er um. Das ging schnell. Ich kann nicht mit ihm reden. Da ist er weg. Ach, das ist jetzt eben bezählt. Ja, es hat gezählt. 12 von 15. Gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Da hinten ist einer. Den hole ich mir. Ich schieße die beiden hier mal ab. Ja, wahrscheinlich muss ich auch jene noch abschießen, denn da drüben ist ein Geschwörer. Aber den Ghoul, den hole ich mir. Und da ist dann noch einer. Perfekt. Ich bin jetzt bei 12 von 15. Wenn ich die beiden abschieße, bin ich bei 14. Den letzten werde ich da auch noch finden, oder? So, schieße ich mir erst mal hier rein. Ja, da ist er doch. Da drüben ist er. Gut, das heißt, wenn man hier niemand dazwischen funkt, habe ich hier Gnügend, Ghoul, um die Quest abzuschließen. Genau. Kümmern wir uns erst mal an diesen Beschwörer da. Widerstanden, na klar. Er beschwört einen Zombie. Ähm, okay. Das war zu nicht geplant. So, dann jener noch und dann jener und dann war's das. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Ah, da ist schon wieder so einer. Geh weg. Die gehen mir vielleicht auf die Nerven. Und ich befürchte, der wird jetzt gleich wieder rufen und dann werde ich garantiert von diesem Beschwörer da angegriffen und ich habe keine Mana mehr. Sag ich doch. Da kommt er. Da muss ich wegrennen. Ich will doch nur noch diesen einen Ghoul da hinten. Ja, da hat er wieder so ein Zombie beschworen. Lass mich in Ruhe. Jetzt. Was passiert denn eigentlich mit dem Zombie? Verschwindet der dann einfach oder bleibt der jetzt für immer da rumstehen? Ach, da ist er weg. Da ist er umgefallen. Okay. So, der letzte Ghoul. 15 von 15 Geistern habe ich befreit. Sehr schön. Sehr schön. Dann verschwinde ich mal hier und reite schnell zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichtes. Genau, denn da kann ich ganz viel abgeben. Oh, ich bin falsch geritten. Ich habe mich eben gewundert, warum ich plötzlich vor einem Turm stand. Ja, die restlichen drei Türme, die werde ich außerhalb der Episoden mal einnehmen. Denn das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr da zuschaut, wie ich da zehn Minuten lang da drin rumstehe und absolut gar nichts mache. Ich werde mal irgendwann sehr frühmorgens die restlichen drei Türmchen einnehmen und dann nur die Abgabe der Quest aufnehmen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, dann sind wir an der Kapelle. Wir reden erstmal hier mit dem Onkel, mit Onkel Carlin. Kann ich euch helfen? Die Helden von Dauerheim, genau. Die habe ich... Ne, habe ich nicht. Ich brauche noch das Buch. Dann die Bösewichte. Genau, der Schädel und das zertrümmerte Schwert habe ich gefunden. Ihr habt sie gefunden. Gut gemacht, Bierkasten. Diese Relikte enthalten eine Macht, die ich nicht ganz verstehe. Eine Macht, die ihr eines Tages beherrschen werdet. Sie wecken aber auch dunkle Erinnerungen in meinen Gedanken. Erinnerungen an Tod und Verrat und an die letzte Nacht von Dauerheim. Okay. So, ich bin... Oh, ich bin jetzt mittlerweile wohlwollend gesinnt mit der Agentum-Dämmerung. Sehr schön. Die Verteidiger von Dauerheim, das waren die Geister eben. Es ist gut zu hören, dass sie die gequälten Seelen meiner Brüder gefunden und befreit hat. Mein Herz wird weniger weinen, da es weiß, dass zumindest einige der Verteidiger von Dauerheim nicht mehr länger in der widerlichen Dienerschaft der Geisel gefangen sind. Für die Allianz. So, sehr schön. Alles abgegeben. Neue Quests gibt es hier nicht. Nee, 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 nee. Ich hatte mich letztens gewundert, wofür diese Insignien gut sind. Das sind genau die Dinger, die ich hier benötige, um tolle Gegenstände zu kaufen. Ich brauche halt die Insignien der Dämmerung und die Insignien der Kreuzzüge, jeweils 75. Ich habe schon drei. Ja, schon drei Stück von insgesamt 150. Ihr seht, das geht rasend schnell. Ähm, weiter geht's. Zelda, der Ausgestoßene. Genau, das war der große Troll am Anfang der Episode. Habt ihr das Versteck gefunden, Bierkasten? Habt ihr Zelda ausgeschaltet? Habe ich gemacht. Sehr schön, ihr habt ihn. Ich hoffe, ihr habt auch seiner Bande eine Lektion erteilt. Habe ich auch gemacht. Gut, die Ruhlosen Seelen. Das war das Troll, da gehen wir nicht hin. Sehr fein. Sehr fein. Dann haben wir den Süden komplett abgeschlossen. Außer, dass ich hier noch irgendwie diesen Schlüssel brauche. Da werde ich aber bis zur nächsten Episode mal googeln, wie ich da rankomme. Ansonsten gehen wir in der nächsten Episode hier nach Norden. Wir müssen hier irgendwelche Termiten noch für das Bollwerk. Ja genau, wir wurden damals im Bollwerk losgeschickt. Bollwerk hier, nein, das ist Unterstadt. Dann werde ich den Bollwerk hier, Jenes, am Rande zwischen Tieresfall und den westlichen Pestländern. Wurden wir losgeschickt, Termiten zu sammeln. Die gibt es dann hier oben. Dann brauche ich noch diese großen Fledermäuse und die großen Seuchenhunde. Genau, die rennen hier überall umher. Hier oben gibt es noch ein bisschen mehr zu tun. Da muss ich, glaube ich, Elfen töten. Und hier hinten ist auch noch eine Quest. Das heißt, nächste Episode werden wir... Ach, schau mal, hier ist ja der Schlüssel. Ach, muss ich also doch nicht googeln, genau. Ja, dann nächste Episode direkt hier hoch den Schlüssel holen und dann gehen wir mal nach Westen und schauen mal, wie weit wir kommen. Das Ganze in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr in Zukunft von World of Warcraft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.